Donnerstag, 11. Januar 2018 im Botanischen Garten Zürich. Wir befinden uns im Büro der Kuratoren der Vereinigten Herbarien Z plus ZT. Die Assistentin Viola Frey montiert hier die rund 6.000 Pflanzenbelege des HESSA-Bars. Im ersten Untergeschoss wird das HESSA-Bar separiert vom Rest der Sammlung gelagert und findet Platz in nur einer Reihe der Kompaktusanlage. Die Pflanzen wurden vor über 60 Jahren weit entfernt gesammelt, die meisten in Angola. Wie und weshalb kamen diese Pflanzen also hierhin nach Zürich? In den Jahren 1951 und 1952 machten Hans Ernst HES und seine Frau Esther HES-Wies eine achtmonatige Reise durch Angola. Hans hat ein Jahr zuvor bereits an einer Expedition für die ZIBA teilgenommen, auf welcher nach Pflanzen mit herzwirksamen Glycosiden aus der Gattung Strophantus gesucht wurde. Angola war zu jener Zeit botanisch wenig untersucht. Systematische Florenwerke waren erst am Entstehen. Auf ihrer Reise suchten Hans und Esther möglichst viele unbekannte Arten. Ein besonderes Interesse galt den wasserbewohnenden Pflanzen. Vom ungefähren Verlauf der Reise wissen wir dank eines unveröffentlichten Manuskripts, das Hans HES auf der Rückreise schrieb. Die Reise startete in Lobito, ganz im Osten Angolas. Ankunfts in Lobito mit belgischem Frachtschiff Kapitän Brogno am 24. November 1951. Da der Hafen noch durch andere Schiffe blockiert wird, bleiben wir noch vier Tage in der Lagune vor Anker liegen. Eine Woche später erreichten Esther und Hans HES Ganda, wo sie ein Hauptquartier anlegten. Am 3. Januar begaben sie sich zum ersten Mal in die damalige Hauptstadt Angolas, Nova Lisboa. Von dort zog es sie weiter nach Cobango, wo sie sich etwa eine Woche aufhielten, und anschließend nach Capico. Über viele Zwischenhalte erreichten die beiden Reisenden am 26. Februar wieder Ganda. Einige Tage später machten sie sich auf nach Luanda. Wiederum über Ganda erforschten sie Ende Mai die Pflanzenwelt rund um Humbe. Nach einem zweiten Zwischenstopp in Ganda fand ihre Reise in Lobito ihr Ende. Am 21. Juli 1952 verließen Hans und Esther Angola. Ihre Reise führte sie in bewohnte und entlegene Winkel Angolas. Ihr steter Wegbegleiter war ein Jeep, in welchem das gesammelte Material sicher verstaut werden konnte. Die Reise war mitunter sehr abenteuerlich, und in wildreichen Gebieten mussten sie sich nachts vor Tieren schützen. Die Nächte verliefen auch ohne jeden Zwischenfall. Immer hatten wir ein kleines Feuer, und so fühlten wir uns sicher, wenn die Löwen auch in der Nähe brüllten oder Elefanten am Fluss zumpeteten. Heute umfasst das Hessebar etwa 6000 Belege. Wie konnten diese zwei Menschen so viel sammeln? Sie waren natürlich nicht alleine. Eine Vielzahl von Menschen arbeitete im Verlauf der Jahre für die Sammlung, und viele weitere Faktoren mussten stimmen, damit die Sammlung bis heute bestehen konnte. Angola war 1952 eine überseische Provinz Portugals unter der Diktatur Antonio de Oliveira Salazars. Die Präsenz Portugals spürten auch Esther und Hans Hess. Ihre Post wurde häufig über Portugal in die Schweiz versandt, und Orte, die sie auf der Reise besuchten, hießen unter anderem Nova Lisboa und Salazar. Ihre Visa mussten jeweils von portugiesischen Beamten erneuert werden, oftmals eine mühselige Angelegenheit. Hans und Esther Hess waren auf ihre Reise auf die Hilfe verschiedenster Personen angewiesen. Eine wichtige Rolle spielten europäische Siedler, häufig Schweizer, die den beiden Forschungsreisenden Obdach gewährten. Am häufigsten bezogen sie Zimmer in Missionen. Die Europäer vor Ort unterstützen das Ehepaar Hess gar beim Sammeln. Pater Damman, ein Schweizer Missionar und begeisterter Hobbybotaniker, sammelte Zeit seines Lebens für verschiedene Forschende aus der Schweiz. Zu Hans Hess hatte er einen besonders guten Rat und belieferte ihn bis zu seinem Tod in den 1960er Jahren mit Hunderten von Belegen. Nicht nur Europäer waren in Angola zentral für das Anlegen des Hess-Herrbars. Einheimische dienten dem Ehepaar Hess als ortskundige Helfer und Träger. Fünf Schwarze ballen uns einen Weg und tragen uns die Karten. Hans und Esther Hess interessierten sich sehr für das Leben der Einheimischen, die sie während ihrer Reisen antrafen. Dies belegen die Fotosammlung und Hans' Reisebericht. Tief im Busch finden wir eine Siedlung der Murimba. Dieser Stamm ist mit den Buschleuten verwandt. Sie sind ebenfalls Nomaden, halten aber schon Vieh und nähren sich von Fleisch und Milch. Ohne die Kenntnisse der Einheimischen wäre das Ehepaar Hess im Busch wohl verloren gewesen. Am 31.12. umfasst unsere Sammlung bereits 498 verschiedene Arten. Die meisten Pflanzenarten hatten beide noch nie gesehen und dennoch waren sie in der Lage viele zu bestimmen. Dies war nur durch Vorarbeit anderer Botaniker und Botanikerinnen möglich. Einige Bestimmungs- und Sachbücher reisten im Gepäck mit. Hans Hess stand auch in brieflichem Kontakt mit Wissenschaftlern in der Schweiz. Taddeus Reichstein, ein Basler Chemiker und Botaniker, war dabei sein häufigster Briefpartner. Dieser lieferte wichtige Informationen, wenn Hess in bestimmten botanischen Angelegenheiten nicht weiter wusste. Arten aus der Gattung Urginen werden sie voraussichtlich eher im Süden des Landes finden. Ohne diese wissenschaftlichen Hilfeleistungen wären Esther und Hans Hess nicht in der Lage gewesen, eine solche Sammlung anzulegen. Zurück in Zürich. Viola Frey schließt ihre Arbeit am Beleg ab. Er ist nun neu montiert. Sie und die Kuratoren sorgen dafür, dass die Sammlung nicht einfach aus dem Blick der Forschung verschwindet. Deshalb wurde das Hess-Herba digitalisiert und somit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Sammlung ist einem steten Wandel ausgesetzt. Die Nutzung und Unterhaltung verändert sie in ihrem Wesen. Einfluss auf eine Sammlung nimmt, wer sich mit ihr befasst, unabhängig von Ort und Zeit. Hans und Esther Hess, die portugiesischen Behörden, einheimische und europäische Helfer vor Ort, Wissenschaftler damals und heute, sie alle waren in verschiedenen Funktionen beteiligt an der Anlegung des Herbaas. Dieses Mindmap ist mitnichten abgeschlossen. Wer sich in Zukunft mit der Sammlung befasst, wird ebenso Teil des Netzwerks. Die Sammlung ist heute einzigartig. Bereits einige Jahre nachdem Hans und Esther Hess Angola verlassen hatten, etablierte sich Widerstand gegen das portugiesische Regime. 1975 erfolgte die Unabhängigkeitserklärung Angolas. Frieden kehrte dadurch jedoch nicht ein. Bis 2002 tobte ein Bürgerkrieg. Das Land war somit während mehrerer Jahrzehnte praktisch unzugänglich. Das Hess-Herba ist mit vielen sozialgeschichtlichen Themen verknüpft. In seiner Entstehung spielten Kolonialismus, Kontakte mit anderen Ethnien, ein Netzwerk von Botanikern sowie die Mitarbeit von Laien wichtiger Rollen. In Sammlungen verbinden sich naturwissenschaftliches und historisches Wissen. Sie laden ein, eine interdisziplinäre Perspektive einzunehmen. Die Welt. Ich verstehe. Die Welt. Vielen Dank.